Hallo, Christian Freisleben, Fachhochschule Sankt Pölten. Ich bin im Programmkomitee der Konferenz Inverted Classroom and Beyond, die am 23. und 24. Februar online kostenlos stattfindet. Bitte unbedingt noch anmelden und einer unserer Beitragenden habe ich hier jetzt bei mir. Bitte es sich kurz vorzustellen. Hallo, mein Name ist Judith Rösten. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Hochschule Köln im Bauingenieurwesen und habe jetzt zusammen mit der Technischen Universität Darmstadt promoviert in Kooperation und ich habe neben der ingenieurwissenschaftlichen Fragestellung ein Lehrkonzept entwickelt, mit dem es uns möglich sein soll, Studierende besser in Forschungsprojekte einzubinden im Rahmen der ganz normalen Labormodulität. wir haben. Gut, wie schaut dieses Lehrkonzept aus? Das sieht so aus, dass wir in unserem, wir arbeiten mit dem Ilias Stadtmodel und da haben wir im Ilias Kurs diverse Wikis angelegt und die Studierenden bearbeiten kleine Teiltragestellungen, die im Rahmen der Workload, ob das jetzt eine Bachelorarbeit, eine Masterarbeit oder ein Labormodul ist, auch bewältigt werden können und im Wiki sind neben den kompletten Grundlagen erstmal, wie funktioniert die Messtechnik, was ist eigentlich unser Thema, was sind die Basics, die man wissen muss dazu. Damit können sich die Studierenden einarbeiten und im nächsten Schritt werden dann die Projektergebnisse der Studierenden wieder im Wiki dargestellt, dass im nächsten Semester die Studierenden, da ist ja dann quasi keine Übergabezeit, die können sich dann anhand des Wikis in die Ergebnisse der vorangegangenen Gruppen einarbeiten und bekommen also nicht vom Projektbetreuer ein Stapel mit 20 Arbeiten und so dem Hinweis, da wird schon was drinstehen oder dass das alles quasi im Gespräch dann erörtert wird, sondern dann ist wirklich gut strukturiert, alle bisherigen Ergebnisse sind dann abgreifbar. Und das Konzept haben wir dann auch sehr ausgiebig evaluiert und haben uns neben den Bedingungen, also welches Interesse haben die Studierenden überhaupt an der Forschung, warum machen die mit, welche Leistungsmotivation bringen die mit, haben wir untersucht, wie funktionieren die Verlaufprozesse, welche Aufgabenstellung können aus den schon bearbeiteten Projekten wieder generiert werden für nachfolgende Projekte, wie hat alles geklappt, gerade mit den E-Learning-Elementen, welche Schwierigkeiten gab es, wie haben wir die bewältigt, haben wir uns dann final auch noch im Interview mit den Teilnehmern angeschaut, wie kommt das Ganze bei den Studierenden an und welchen Mehrwert hatte das Konzept für die? Ja, also ich nehme das ja auch als Methode wahr, damit Learner Generated Content ins Spiel kommt, also dass der Studierende selbstständig auch Materialien erstellen, die dann auch Ausgangspunkte für weitere Studierende sind, wie wird das wahrgenommen von Studierenden, dieser Aspekt? Den Aspekt, der ist zentral in der kompletten Bearbeitung, weil es geht ja schließlich darum, dass die Studierenden einen Beitrag zu einer Forschungsfrage leisten. Die waren in dem Bereich Baudynamik tätig, was für die meisten Teilnehmer konzeptional an war. Und die Baudynamik ist jetzt für uns ein Walschmodul, da wird jetzt nicht die Tür eingerammt, muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt, die meisten kamen mit sehr wenig Grundwissen her und haben dann teilgenommen, weil sie wollten auch mal eine Messung machen, und man muss sich dann anwendungsorientierter, als das ja sonst üblich ist, ein Projekt bearbeiten. Und ohne den Content, den die Studierenden danach im Wiki präsentieren, sind die Ergebnisse ja alle dann nicht für die nachfolgenden Gruppen abgreifbar. Und von daher war es da auch sehr wichtig, dass das eine sehr strukturierte Darstellung wird und es wirklich inhaltsreduziert, aber ohne Qualitätsverlust die Ergebnisse präsentiert werden können. Ja, also es ist ein Beispiel, wie Vorbereitungsmaterialien einfach auch von Seiten der Studierenden entstehen können. Das war jetzt so, dass da auch Studierende zu dieser Vorgangsweise Rückmeldungen gegeben haben und gesagt haben, wie sie es erlebt haben. Was waren so drei, vier besonders spannende Rückmeldungen, die da gekommen sind? Also ich glaube, die spannendste und wichtigste Rückmeldung war, dass die Studierenden alle das Gefühl hatten, einen Beitrag geleistet zu haben, weil das stand im großen Kontrast zu dem, was wir vorher hatten in den Labormodulen, dass es immer hieß, wir machen Besuche und schreiben da eine kleine Ausarbeitung zu. Aber sie hatten nie das Gefühl, einen großen Projekt mitgesetzt zu haben. Dann war ein großes Feedback, dass die Studierenden wirklich das Gefühl hatten, dass ihnen das, was die anderen Studierenden beschrieben haben, auch für ihre Projektbearbeitung geholfen hat. Und ich glaube, das waren so die zwei spannendsten Ergebnisse, dass sie das Gefühl hatten, da wirklich bei einem großen Projekt mitwirken zu können, ohne die Angst, dass das Modul den Rahmen sprengt. Also das ist ja bei Labormodulen immer so das Schwierige gewesen, dass es, wenn irgendwo ein Punkt kommt, wenn das Thema zu ausschweifend wird, wenn irgendeine Untersuchung länger dauert, dass die Studierenden immer Angst haben, es nicht zu schaffen, nicht fertig zu werden. Das heißt, es ist einfach auch ein schönes Beispiel für partizipatives Lernen, wo wirklich auch an sehr angreifbaren Ergebnissen auch gearbeitet wird und wo Studierende das Gefühl haben, dass mit ihren Beiträgen etwas passiert, was ich als ganz wesentlichen Aspekt auf dem Inverted Classroom-Modell halte. Also ich denke mal, dieses Prinzip könnte man ja auch in anderen Lehrveranstaltungen umsetzen, oder? Ja, also das ist auch das Ziel, dass wir gesagt haben, wir sind ja jetzt das Labor für Konstruktiven in den Nürburgen, dass wir gesagt haben, wir wollen das Konzept auch für eine andere Forschungsfrage nochmal anwenden. Und vom Prinzip ist der Auffeuer so, dass man das fachübergreifend für verschiedenste Fragestellungen auch nutzen kann. Weil wir haben da ja vom Ablauf her lässt sich das ja auf verschiedenste Fragestellungen ummünzen. Wir haben neben dem Wiki auch noch Tools gehabt, wie im Forum, wir haben noch ein Glossal gehabt, wo Begriffe erläutert waren, um den Studenten da einfach die Arbeitsmaterialien an die Hand zu geben, sich auch wirklich leicht einarbeiten zu können. Weil wir hatten in dem ganzen Modul, wir hatten keine Präsenzveranstaltungen mit Frontalunterricht. Es gab viele Beratungsveranstaltungen, weil es lief ja immer verschiedene Projekte nebeneinander her, mit unterschiedlichen Aufgaben. Und es gab immer Beratungen, wo die Studierenden Fragestellungen konnten. Und ich brauche mal so, dass der nächste Schritt in der Bearbeitung ist die Versuchskonzepierung, die sich die Studierenden überlegt haben, so in Ordnung. Oder muss man da jetzt dann irgendwie ein bisschen Input geben? Aber vom Prinzip lief das wirklich so, dass sich die Studierenden selbstständig ihr Projekt erarbeitet haben mit dem Wiki. Gut, ja, ein wirklich schöner, sehr passender Beitrag zu unserer Konferenz im Wörterglasummen Beyond am 23. und 24. Februar, gehostet von der Fachhochschule St. Pölten. Und wir freuen uns schon auf eine hochspannende Konferenz. Bis dahin, alles Gute. Bis dahin, alles Gute.